Grüß euch! In einer bestimmten Ideologie glauben die Leute, dass die ersten zwölf Tage im Jahr symbolisch und im Kleinen genau das anzeigen, was in die zwölf Monate des Jahres passiert. Wobei aber völlig egal ist, was wir davon halten. Es geht darum, dass die Herrscher der Welt es glauben und praktizieren. Und praktizieren bedeutet, dass sie diese ersten zwölf Tage, die jedes Jahr bei Nullgrad Wittersonne beginnen, für ihre Zwecke und Ziele benutzen, indem sie an jedem von den zwölf Tagen bestimmte Sachen ritualistisch im Kleinen durchführen, um sie dann im Laufe des Jahres im Großen produziert zu sehen. Nullgrad Wittersonne bedeutet, wenn die Sonne über den Nullgrad Witterpunkt geht und es war dieses Jahr am 20. März gegen 4 Uhr in der Früh, wodurch der 20. März zu Tag 1 geworden ist. Das bedeutet, Tag 1 ist der 20. März von 4 Uhr in der Früh bis 21. um 4 Uhr. Tag 2 wäre der 21. um 4 Uhr in der Früh bis 22. in der Früh. Und Tag 3 der 22. bis 23. um 4 Uhr in der Früh. Und so weiter. Damit wäre Tag 1 die Zeit bis 20. April. Tag 2 bis 20. Mai. Tag 3 ginge dann bis 20. Juni. Und so weiter. Aber um ihre Nachrichten wirklich verstehen zu können, und das gilt grundsätzlich, musst du das Ukraine-Russland-Märchen vergessen. Das einzigste Echte sind die Waffentransporte, und zwar von beiden Seiten Richtung Ukraine, weil für die brauchen sie ja einen Vorwand. Und wer wirklich aufpasst hat, hat eh gesehen, dass das Ganze eure riesige Hollywood-Produktion ist, wo in Wirklichkeit kein einziger Soldat gestorben ist. Und die angeblich zerstörten Gebäude sind alles alte Bauruinen aus der Sowjetzeit oder computergenerierte Bilder. Ich muss das aber jetzt nicht beweisen, weil das haben meine YouTube-Kollegen die letzten zwei Jahre lang schon gemacht. Das Ziel dieser gigantischen Filmproduktion ist, dass die Leute weltweit diese Geschichte glauben und dadurch, genau wie beim C-Märchen, das Sterben und den Krieg manifestieren. Und vor dem Hintergrund schauen wir uns jetzt die Prognose für die ersten drei Monate dieses Jahres an, also die ersten drei Tage im neuen Jahr. Aber wie gesagt, das ist denen ihre Ideologie und wir beobachten nur, wann und wie sie es ausspulen. 20. März, ab vier in der Früh, so großartig scheint da nichts passiert zu sein, aber es gab doch eine hochsymbolische Handlung. Außerdem, wir haben ein paar hochinteressante Ankündigungen gekriegt. Das kannst jetzt alles selber deuten und schauen, ob sie es im ersten Monat auch im Großen so machen, wobei das Haus für ein Land stehen könnte, das sie, bevor sie es verlassen müssen, noch richtig verwüsten wollen. Aber wie gesagt, wir können ja das nur beobachten, weil das Ganze hier ist ja keine Vorhersage von mir, sondern denne ihr Drehbuch und wir schauen, wie sie das letztendlich ausspulen. An Tag zwei war auch nichts Besonders, oder ich habe es nicht bemerkt. Naja, es gab eine Meldung, dass derjenige in England, der sich als Prinzessin ausgibt, einen Krebs hat, angeblich, Aber alle, die das glauben, sind automatisch Mitwirkende bei dem Massenmanifestierungsprogramm und Ritual. Die Herrscher können nämlich nichts machen, solange die Masse das nicht manifestiert. Dann haben wir Tag drei, den 22. ab 4 in der Früh. Da haben wir zwei wichtige Meldungen. Überall im Land verteilt, gibt es keinen Strom, keine Energieversorgung mehr. Und natürlich sollen das die Russen gewesen sein, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht drum, ob das Ukraine ist oder sonst wo. Das ist nur das Bühnenbild, der Hintergrund. Es geht um die Aktionen, ganz egal wo. Es geht drum, dass an Tag drei die Energieversorgung der größten Städte, Thermo- und Wasserkraftwerke, Industriebasen und Elektrizitätsstationen attackiert worden sind. Bedeutet das, dass wir hier oder die ganze Welt mit demselben bloß im großen Stil rechnen können? Wir werden sehen. Genauso wie wir mit dem zweiten Ereignis rechnen können, das am selben Tag noch passiert ist. Der Terror im Theater Könnte das Theater vielleicht symbolisch Rituell für die Arena stehen? Die Arena Deutschland und die drei Angreifer oder Stoßkeile, von denen Irli gesprochen hat? Dann könnte man mit dem ab 20. Mai rechnen. Ab 20. habe ich gesagt, geh nicht am. Dann gab es nur eine Meldung vom 19. März, also dem letzten Tag des vorigen Jahres. In Rammstein haben die Hampelmänner von 50 Staaten ihre letzten Instruktionen bekommen. Ah, wenn die Medien sagen, uh, so und so viele Milliarden Militärhilfe wieder neu für die UKROs beschlossen. Das war am letzten Tag des Jahres also, weil bei denen ihre Meldungen immer das Gegenteil wahr ist, bedeutet es, das Ukronenprojekt ist abgeschlossen. Es ist alles in Position gebracht. Alles ist erledigt. 19. März, letzter Tag des Jahres. 20. März, erster Tag, der Rauschmess aus der Villa mit Riesengetöse und Medienpräsenz. Und am dritten Tag Angriff auf die Energie und das Theater. Ab 20. Mai bis neu in Juno. Also, das waren jetzt meine Beobachtungen in Hinblick und Perspektive auf das Drehbuch einer gewissen Herrscherkaste. Alles Liebe und wir werden es und uns bald sehen.